Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Drehmomentleistung des internen Steuermoduls. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose, DTC, gilt normalerweise für viele OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von Dodge, Ram, Cummins, Ford, Power Stroke, Chrysler, Mitsubishi, Land Rover, Mercedes-Benz und so weiter umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt, wenn ein Code P061A gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen internen Leistungsfehler im Motordrehmomentüberwachungssystem erkannt hat. Andere Steuerungen können auch einen internen PCM-Leistungsfehler mit dem Motordrehmomentüberwachungssystem erkennen und dazu beitragen, dass ein P061A gespeichert wird. Die Prozessoren zur Überwachung des internen Steuermoduls sind für verschiedene Selbsttestaufgaben des Controllers und die Gesamtverantwortung des internen Steuermoduls verantwortlich. Die Eingangs- und Ausgangssignale des Motordrehmomentberechnungssystems unterliegen einem Selbsttest und werden ständig vom PCM und anderen zugehörigen Steuerungen überwacht. Das Getriebesteuerungsmodul TCM, das Traktionssteuerungsmodul TCSM und andere Steuerungen unterliegen einer Interaktion mit dem Motordrehmomentüberwachungssystem. Das Motordrehmoment wird vom PCM und anderen Steuerungen mit Hilfe von Eingangssignalen vom Luftmassenmesser MAF und vom Gaspedalstellungssensor App auch als Pedalstellungssensor bezeichnet überwacht. Das gewünschte oder ungefähre erforderliche Motordrehmoment wird unter Verwendung des App-Sensors berechnet, und das tatsächliche Motordrehmoment wird unter Verwendung von Daten vom MAF-Sensor berechnet. Immer wenn die Zündung eingeschaltet und das PCM erregt ist, werden Selbsttests zur Überwachung des internen Motordrehmoments eingeleitet. Das Controller Area Network CAN führt nicht nur Selbsttests für interne Controller durch, sondern vergleicht auch die Signale jedes einzelnen Moduls, um sicherzustellen, dass alle Controller ordnungsgemäß funktionieren. Diese Tests werden gleichzeitig durchgeführt, wenn das PCM eine Diskrepanz zwischen gewünschtem Drehmoment und tatsächlichem Drehmoment mehr als 50 Nm für mehr als eine Sekunde mit einer Motordrehzahl von mehr als 5000 U minimal und einem volumetrischen Wirkungsgrad von mehr als 16% feststellt, Wird ein Code P061A gespeichert und A Die Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise, abhängig von der Vagenomenenschwere der Fehlfunktion können für die Mielbeleuchtung mehrere Fehlerzyklen erforderlich sein. Foto eines PCM mit abgenommener Abdeckung Was ist der Schweregrad dieses DTC? Prozessorkodes des internen Steuermoduls sollten als schwerwiegend eingestuft werden. Ein gespeicherter Code P061A kann plötzlich und ohne Vorwarnung zu ernsthaften Problemen mit dem Fahrverhalten und der Kraftstoffeffizienz führen. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P061A-Fehlercodes können gehören, zögern oder beim Beschleunigen stolpern Die Beschleunigung reagiert nicht mehr Verminderte Kraftstoffeffizienz MAF oder Drosselklappen Stellcodes sind ebenfalls vorhanden Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein Servo zur Steuerung der Drosselklappe Unterbrechung oder Kurzschluss im Servokreis der Drosselklappen Steuerung Luftfilter Element verstopft Schmutz auf dem heißen Kabel des MAF-Sensors App MAF-Sensor defekt Korrodierter elektrischer MAF-Sensor Stecker PCM oder PCM Programmierfehler Defekt Unterbrechung oder Kurzschluss oder Steckverbinder im Kennkabelbaum Unzureichende Masse des Steuermoduls Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen dem BMAF-Sensor und dem PCM Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P061A? Selbst für den erfahrensten und am besten ausgestatteten professionellen Techniker kann sich die Diagnose eines Kurz-P061A als eine ziemliche Herausforderung erweisen. Es gibt auch das Problem der Neuprogrammierung Ohne die erforderliche Neuprogrammierungsausrüstung ist es unmöglich, eine defekte Steuerung auszutauschen und eine erfolgreiche Reparatur durchzuführen Wenn ECM-PCM Stromversorgungscodes vorhanden sind, müssen diese offensichtlich korrigiert werden, bevor versucht wird, einen P061A zu diagnostizieren Wenn MAF-App-Sensor oder Drosselklappensensorkodes TPS vorhanden sind, müssen diese zuerst diagnostiziert und repariert werden Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zum Testen von MAF, App- und TPS-Sensoren Das Oszilloskop kann besonders beim Testen von App- und TPS-Sensoren hilfreich sein Ersetzen Sie ausgefallene Komponenten nach Bedarf Es gibt mehrere vorläufige Tests, die durchgeführt werden können, bevor eine einzelne Steuerung als defekt deklariert wird Ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, und eine Quelle zuverlässiger Fahrzeuginformationen sind erforderlich Ein Oszilloskop kann sich ebenfalls als hilfreich erweisen Schließen Sie den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Codes und Standbilddaten ab Sie sollten diese Informationen aufschreiben, falls sich der Code als zeitweise erweist Löschen Sie nach dem Aufzeichnen aller relevanten Informationen die Codes und testen Sie das Fahrzeug Bis der Code zurückgesetzt wird oder das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, ist der Code intermittierend und schwieriger zu diagnostizieren Der Zustand, der zur Lagerung des P061A geführt hat, muss sich möglicherweise sogar verschlechtern Bevor eine Diagnose gestellt werden kann, wenn der Code zurückgesetzt wird, fahren Sie mit dieser kurzen Liste vorläufiger Tests fort Wenn Sie versuchen, einen P061A zu diagnostizieren, sind Informationen möglicherweise das beste Werkzeug Durchsuchen Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle nach Technischen Service-Buildtanks, TSB, die dem gespeicherten Code, dem Fahrzeug, Ja, Marke, Modell und Motor und den angezeigten Symptomen entsprechen Wenn Sie das richtige TSB finden, erhalten Sie möglicherweise Diagnoseinformationen, die Ihnen in hohem Maße helfen Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Ansichten der Steckverbinderfläche, Steckerbelegungsdiagramme, Komponenten-Locators, Schaltpläne und Diagnoseflussdiagramme für den betreffenden Code und das betreffende Fahrzeug zu erhalten Verwenden Sie den DVOM, um die Sicherungen und Relais der Kontrollerstromversorgung zu testen Testen und ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen nach Bedarf Sicherungen sollten bei geladenem Stromkreis getestet werden Wenn alle Sicherungen und Relais wie vorgesehen zu funktionieren scheinen, ist eine Sichtprüfung der Kontrollerbezogenen Kabel und Kabelbäume angebracht Sie sollten auch die Erdungsverbindungen zwischen Fahrgestell und Motor überprüfen Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Erdungspositionen für verwandte Stromkreise zu erhalten Verwenden Sie den DVOM, um die Bodenintegrität zu testen Überprüfen Sie die Systemsteuerungen visuell auf Anzeichen von Wasser, Hitze oder Kollisionsschäden Jeder Controller, der insbesondere durch Wasser beschädigt ist, sollte als defekt angesehen werden Wenn die Strom- und Erdungskreise des Controllers intakt sind, vermuten Sie einen defekten Controller oder einen Programmierfehler des Controllers Der Austausch des Controllers muss neu programmiert werden In einigen Fällen können Sie neu programmierte Steuerungen über Aftermarket-Quellen erwerben Andere Fahrzeugesteuerungen erfordern eine Neuprogrammierung an Bord, die nur von einem Händler oder einer anderen qualifizierten Quelle durchgeführt werden darf Im Gegensatz zu den meisten anderen Codes wird der P061A wahrscheinlich durch einen defekten Controller oder einen Controllerprogrammierfehler verursacht Prüfen Sie die Erdungsintegrität des Systems, indem Sie die negative Prüfleitung des DVOM mit Masse und die positive Prüfleitung mit der Batteriespannung verbinden Das sind nicht nur für unsere Frauen und die즈iktaik, sondern auch für unsere Frauen und die Zugang, die wir überprüft werden Wenn Sie die erste Zeit haben, dann Knall zu schicken, müssen Sie die nächste Zeit stayben Dann machen Sie den ersten Zeit, wenn Sie das thema likely zu sehen sind, können Sie California